Ein herzliches Hallo an alle da draußen von Zauberstraining, mein Name ist Alexian Grün. In diesem Video stelle ich Ihnen ein Sixpack-Kursprogramm vor, für die Leute, die recht wenig Zeit für das Training haben, aber auf der anderen Seite das Bessene rausziehen möchten. Nun, man sollte, bevor man mit diesem Workout anfängt, sich im Klaren sein, dass ein Sixpack durch ein umfassendes Fitness-Training zustande kommt und natürlich eine konsequente Ernährungsumstellung. Das sind die zwei Basics, die dahinter stecken. Die Übungen, die lokalen Übungen für die Bauchmuskulatur helfen nicht dabei, die Bauchmuskulatur richtig zum Vorschein zu kommen. Natürlich wird die Rumpfmuskulatur bzw. Bauchmuskulatur gestärkt, aber der höchste Effekt ist natürlich mit einer Ernährungsumstellung, wie gesagt, und mit einem umfassenden Fitness-Training. Auch Zauberstraining plus Krafttraining möglich. Nun, in diesem Video zeige ich Ihnen einige Übungen für den Bauchbereich und den Rumpfbereich in Verbindung mit einigen Übungen, die den ganzen Körper ansprechen. Das heißt, ich werde eine Übung für den ganzen Körper durchführen und als nächste Übung eine Übung für den Rumpf- bzw. Bauchbereich. Bauch- und Rumpfbereich sind sehr wichtig für die allgemeine Stabilisation des Körpers. Bei vielen Bewegungen, bei statischen, wenn Sie den Körper statisch halten bzw. den aufrechten Gang halten, beim Sitzen, bei dynamischen Bewegungen. Dafür ist die Bauchmuskulatur wichtig. Natürlich ist auch die ästhetische Komponente nicht zu vernachlässigen, aber vergessen Sie bitte die funktionalen Aspekte des Bauchdrehenes niemals. Nun, wir starten mit dem Programm. Und schon starte ich mit dem Programm. Was Sie benötigen, ist eine Mantel bzw. ein Handtuch, wie ich hier benutzen werde, für die Bauchübungen und natürlich Motivation und Unterlagen. Also, wir fangen, ich habe für Sie 10 Übungen ausgewählt. Eine Übung für den ganzen Körper, eine andere Übung für den Bauch- bzw. Mundbereich. Abwechselnd, Pausen dazwischen, ungefähr 20 Sekunden. Wenn Sie etwas länger brauchen, kein Problem. Machen Sie die Pause etwas länger. Aber um das Kurzprogramm einfach als Kurzprogramm sein zu lassen, versuchen Sie die Pausen so gering wie möglich zu halten. Wir beginnen mit der ersten Übung. Dirk Riss mit Sprung. Und raus geht's. 10 Mal. Und raus geht's. 10 Mal. Erste Übung für den Frontal- und Unterarmstütz. Und Sie versuchen, Ihren Bein und Ihren Arm zu beugen und zu strechen. 10 Mal. Die Seite. Wenn die Übung Ihnen ein bisschen schwierig ist, versuchen Sie einfach, über 20 Sekunden den Unterarmstütz zu halten. einen kurven, also geht's. Und jetzt go ist der Winsek, über 20 Sekunden. Und dann sehen Sie sich auch dazu, um, also go rein und zu sein. Die Sorge an экранpunkt. 40 razy. Die Sorge. Ich bin Baba. Anne. 10 Mal. unto Ar 2000. aya. バبENсть capital. Sie sind. Puh. 3. Sie sind. I Problem. Nächste Pause, nächste Übung ist eine dreite Kniebeuge, 20 bis 30 Wiederholungen, Zehnmuskulatur und die Beinmuskulatur können Sie entweder nach oben stecken, nach oben ein bisschen lieber ist und los jetzt, Gesetze tief absenken lassen Bei Bewegungen kommen Sie richtig ins Schwitzen, weil große Muskelgruppen dabei beantragt sind Kurze Pause wieder Jetzt nächste Bauchübung, der sogenannte Käfer, hier bewegt sich diagonal ein Arm zu einem Bein und natürlich auf der anderen Seite genau das gleiche, 20 Wiederholungen 1 Die Wiederholungsanzahl ist natürlich kein Muss Versuchen Sie halt an die 20 Wiederholungen um den Rand zu kommen, aber wenn Sie die Ebene schaffen, dann machen Sie die Handzahl etwas geringer Das gleiche gilt natürlich bei der Pause, Sie müssen nicht zwingend 20 Sekunden Pause machen, Sie können die Pause auch 30, 14, 15 Sekunden, die erledigen Sie benötigen und mit der Zeit die Bauch etwas absetzen Jetzt eine Übung für den Schul- und Brutbereich ist ein Spiderman Liegestutz in Kombination mit Beineanziehen, wiederum Bänderung und Bauchbereich Und jetzt geht's los, 20 Sekunden, links in die Position Ein, hin und los geht's Ohhhhhhhh Fertig, jetzt haben wir schon die Hände um, 15 Hände um und bleibt noch Noch eine Bauchübung, und zwar seitliche Crunches, mit diesem Punkt wird der gerade Bauchmuskel angesprochen, sowie die seitliche, vor allem die Oberfläche mit Partie. Beine gerade einfach zur Seite geben, und versuchen sich mit dem Unterkörper nicht gerade, sondern etwas zu der gegenüberliegenden Seite den Körper anzuheben. Wiederum 10 Wiederholungen von der Seite, und load it! Wie viele Sie sind, umso weiter können Sie die Arme nach hinten verleihen lassen. Wenn es Ihnen zu schwer ist, die Arme ganz einfach nach vorne aufstecken. Ganz wichtig, Ländrische und Wirbelsäule versucht, am Boden zu behalten. Das heißt, der Schwung wird nicht ganz nach oben, und 10 Mal auf der Gegenseite. So, die nächste Übung ist Kombinationsübung aus einer Beinübung, Auswahlschritte nach hinten, und bei der Umkehrbewegung wird das Steinbein und wird dann zum Körper angehoben, um eben nochmal die Bauchmuskelatur nochmal zusätzlich zu belasten. 20 Wiederholungen, und los geht's! 9 10 1 2 3 5 6 Versuchen Sie den Auswahlschlitter hinten wirklich beizumachen um in der Position stabil zu bleiben. Ja noch. Jetzt kommt eine recht schwierige Rund um und zwar die Seite im Umbaumschutz und in diese Bewegung, in dieser Position wird der Arm und das Bein gleichzeitig angezogen, 10 mal die Seite, Position annehmen, möglichst stabil, glatt wie die Körperspannung ist da und ober in dieser Übung und los geht's, ein bisschen rutschig. Wie gesagt, stabile Körperlage, homologisch. Jetzt kommt eine der Lieblingsübungen von mir zu meinen, die vorletzte Übung und zwar ist das French Reverse, heißt es im amerikanischen, im deutschen nenne ich die Übung, kann es einfach Boden kratzen. Und zwar, sie nehmen die Barmstellung ein, ihre Füße befinden sich auf einem Handflug bzw. einem sehr gut rutschenden Unterlage und sie bewegen ihre Beine in Richtung, bzw. in Richtung Arme oder nach vorne eben. Eine super gute Bauchmuskelübung, 20 wieder runter und los geht's. Wir sehen, schwitze ich schon. Ganz ordentlich. Letzte Übung, die ich Ihnen zeigen möchte, ist Beinrückheben im Unterarmstütz. Nehmen die Anspannung im ganzen Körper und natürlich dessen Beanspruch, während Sie speziell Ihren Gesäß bzw. obersteckenden Rückseite trainieren. Genug gerettet. Zehn Wiederholungen und hier Seite. Und Armschluss und los geht's. Und wenn Ihnen die Position etwas zu schwierig ist, können Sie auch den Winkel im Hüftgelenk etwas kleiner machen. Und das ist dann etwas einfacher. Und gut. Gut. Ich bin soweit mit dem Programm Dirk. Wie Sie sehen, bin ich ganz ordentlich verschwitzt in dieser kurzen Zeitspanne. ich wünsche ihnen gutes gelingen beim nachmachen haben sie viel viel erfolg bei ihren trainingszielen ich hoffe ich konnte ihnen die eine oder die andere neue übung zeigen bzw erklären wenn sie das video mögen daumen hoch schreiben sie was in den kommentaren und wenn sie meinen kanal mögen einfach abonnieren viel spaß und bis demnächst tschüss und